hallo und herzlich willkommen zum neuen hanfmagazin produktvideo heute habe ich was nicht mit cbd sondern mit cbn ja ich denke die meisten die diese videos angucken sind schon vertraut mit cbd produkten und haben da vielleicht in der richtung auch schon viel ausprobiert allerdings ist es hat sich ja gezeigt in der cannabis pflanze stecken hunderte von nützlichen inhaltsstoffen ganz viele kann man wieder und da gibt es natürlich mehr als nur cbd cbn ist die abkürzung für cannabinol und das ist ein cannabinoid was mit wachsendem interesse auch von der wissenschaft begutachtet wird interessant ist vielleicht cbn cannabinol ist quasi ein zerfallprodukten oxidationsprodukt von thc und ist nicht in dem maß wie thc aber es hat eine ganz leicht psychoaktive qualität und durch die oxidation von thc die sehr langsam umwandelt wird dann thc auch zu cbn man könnte quasi sagen cbn ist ein cannabinoid der zweiten instanz weil die pflanze ist nicht direkt herstellt sondern sei ich eher durch den zerfall von anderen cannabinoiden entsteht die medizinisch interessanten wirkungen von cbn sind denen von cbd nicht ganz unähnliches krampflösend es ist durchaus beruhigend es ist entzündungshemmd ab und es ist dazu noch antibakteriell vor allen dingen in kombination mit dem vollspektrum handprodukt also in verbindung mit anderen cannabinoiden wird cbn dann auch appetitanregend die beruhigende wirkung von cbn ist so ausgeprägt dass es tatsächlich mit sehr starken beruhigungsmitteln mithalten kann und zwar fünf milligramm cbn sind so wirksam wie zehn milligramm diazepam also benzo diazepin optimal formula ist niederländische firma die sehr bekannt dafür ist auch mit außergewöhnlicheren wirkstoffen also auch mit den anderen cannabinoiden zu arbeiten und forschung zu betreiben für dieses cbn öl hat man eine kreuzung aus indica und sativa patentiert basisöl also träger des produkts ist hier ein bio hanfsamenöl also ist auf jeden fall eine sehr interessante geschichte und cbn sollte man definitiv im auge behalten genauso wie optima formula weil sie doch selber immer mit innovativen erkenntnissen nach vorne gehen und deswegen einfach ein sehr interessantes unternehmen ist was ich eben nicht allein auf cbd sondern durchaus auch auf ein bisschen speziellere wirkstoffe von der hand pflanze spezialisiert hat wenn ihr erfahrungen mit cbn speziell mit dem cbn öl von optima formula gemacht habt dann schreibt es doch unten in die kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten handmagazin produktvideo wieder bleibt gesund bis bald